Hallo, ich bin Helene Künzel und bin 13 Jahre alt. Ich bin Jonas Neumüller und bin 17 Jahre alt. Ich betreibe Sportakrobatik seit neun Jahren bei dem Verein SV Concordia Erfurt. Und ich, seit ich fünf Jahre alt bin. Zusammen als Mixpaar trainieren wir jetzt viereinhalb Jahre. Wir trainieren zwei bis drei Stunden, viermal die Woche. Unsere größten Erfolge waren bisher die mehrfachen Siege bei den Thüringer Landesmeisterschaften und der zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Zudem sind wir als Sieger beim internationalen Sachsenpokal nach Hause gegangen. Unter Einstieg 2019 in den Nationalkader. Unser schönstes Erlebnis war bisher die Teilnahme beim Supertalent. Dort konnten wir auch die Jury überzeugen und sind mit einem Stern nach Hause gefahren. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses Jahr ein Stipendium der Sparkasse mit Thüringen bekommen haben. Von dem Geld haben wir schon eine unserer Wettkampfküren neu choreografieren lassen. Und ich habe mir während der Corona-Zeit eine Airtrack-Matte gekauft, damit ich zu Hause weiter üben kann. Durch Corona sind leider viele Wettkämpfe ausgefallen. Aber der Wettkampf, der jetzt noch ansteht, ist der internationale Sachsenpokal in Riesa. Wir hoffen, dass wir uns dort gut präsentieren und uns nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017